ja ich bin schon wieder am Blut mit dem Spuchteln die Bahn kann auch mal weggehen so dramatisch ist es der sie verbissen sich sehr schön wie trotzdem kalt machen das ist auch egal sein ich hab's echt wie so mit den Zinnen und Panzern da gibt es Sachen die liegen mir doch schon deutlich besser aber jetzt kommen sie wieder ne gut geschossen da rauf da zack zack ich treff sie einfach nicht k für Hööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööah mann! Was ist hier hinten? Zack! Schön! Ja an den komm ich nicht ran weil ich einfach in den ... mhm, nie zu bin. Ich wie auf soll ich ja noch auf ihn schießen? Geht doch! Auch wenn das nicht ich war. Zack. Oh mein Gott. Stürb. 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 Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Den schieß ich jetzt auch noch einmal. Muss ich ja. Ich habe ihn noch getroffen. Und noch mal. Ihn auch. Und ihn auch. Hab ich doch. Oh, hier sind da noch mehr. Ich töt dich erstmal. Kein Bock, dass du mich hier nochmal anschießt. Du Arsch. Ich hab dich doch angeschossen. Das ist doch kacke. So. So. Interessiert mich gar nicht. Aus. Ambil 6634. Haben fäuntliche Fahrzeuge und die Fahrzeuge gegriffen und zerstört. Over. Verstanden. Schwingt nach Westen und dann zur Schnellstraße. Geht melden, wenn ihr den Kontrollpunkt erreicht habt. Aus. Bleibt Wachler. Sie muss ich auch, muss ich sagen, finde ich jetzt gerade nicht so spektakulär. Aber. Heilige Scheiße. Das ist die Richtung, die die Wehren darstellt. Ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Und die reden mir zu vielen. Weil mir jetzt nicht klauen. NPR 66433. Bis jetzt bei Kontrollpunktierung. Verstanden. Und rein hier. Die Abfreigabe für Rosa. So richtet mir die Bereitzeit aus. La 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 la. Gucken wir mal in die Sonne. Oder blenden wir einfach mal die Sonne aus. Oder gucken wir rein. Oder wir blenden sie aus. Und was? Jetzt ramme ich hier schon fast meine Kollegen. Laufen die weg? Ich fahr mal hin. Was ist jetzt los? Oh ja. Oh ja. Das ist doch schon eher mein Ding. Ich fahr mal hin. Scheißzünder. Natürlich muss ich hours essen. Ich fahr mal hin. Zeig mir Zilan, ich mach alles. Ich fahr mal hin. Wo ist er denn? Oh, schießt mir die Waffel zu um, genau. Leicht vorkämpfen. Stirb! Kann doch nicht wahr sein, ey. Schön. Wo ist er denn? Hä? Ach da! So, was ist denn jetzt hier schief gelaufen? Was soll ich denn jetzt machen? Wieder zurück. Ah, schnell! Lauf! Lauf! Und schnell hier hinter. Da kenne ich nichts. Zack! Boots! Boots! Jo, kein Ding. So, jetzt wird es drücken. Ja, war klar. Oh, yes! Jetzt geht's ab, Babys. Ich stehe niemanden. Ich stehe niemanden. Kräfte, meldet euch, wenn ihr außerhalb der Stadtgrenzen seid. Out! Kriegen wir hin. Out! Dann, Gummi, fahr! Äh, da wäre ich doch auch schon ein bisschen müde, ne? Ich bringe euch alle um. Äh, 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 äh. Er probiert, um im Auto wegzufahren. Wie süß! Oh mein Gott. Wo war er jetzt? Da hinten. Tuck, 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 tuck. Buch. Scheiß, Fahrzeug. So, wo kommen wir hier jetzt alle her? Mein Gott. Wo ist ein Panzer? Ach, da. Bitte, kümmern Sie auf die Tür. Schön, ganze Tankstelle hochgejagt. So muss das sein. Wir haben doch eh genug Öl. Scheiß auf Autos. Nein, natürlich nicht. Nein, darf kein Mensch ernst nehmen, was ich hier von mir gebe. Nichts davon ist ernst gemeint. Wenn, wenn, werde ich es schon sagen. Zumindest keine kriegshierarischen Äußerungen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Schnell, wieder selber Auto. Mensch. Oh. Hätte ich den Wagen nicht kaputt machen können? Das interessiert mich jetzt. Ja, wo denn? Huch, das war aber ganz schön knapp. Ja, die haben auch einen Auftrag. Nicht schlecht. Kommt hier gleich nochmal so, hier so ein Brennt-A-Car. Rechte Planke, rechte Planke. Noch eine. Direchte Interdienste. Keine Gnade. Was macht eigentlich jemand beim Bund, der die... Wenn man jetzt die Uhr nicht lesen kann, was passiert dann? Das kann doch ganz schön böse enden, oder? Naja, egal. Jo, kriegen wir hin. Go. Attacke. Labar, rabar, labar, rabar, rabar. Nichts.